Na toll, jetzt bin ich wieder hier. Bist tot, ne? Guck mal her, guck mal her. Ah, okay. Okay, ähm, was machen wir denn hier? Können wir da irgendwie... ...außen rum gehen? Warte mal, der geht links, rechts. Hä? So, oder was? Hä? Was? Wie können wir denn da vorbeikommen? Sind die Chineser ein? Hm... Vielleicht mit Stasi oder so? Hä? Ich versteh's gerade echt gar nicht. Ach, hier außen rum, oder? Das? Das musst du hier. Okay, warte mal, dass ich nicht mehr nehme. Komm ich jetzt hier vorbei, ja, oder? Okay. Wie lebt der noch? Wie lebt der noch? Wie lebt der noch? Okay, 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 okay. Äh, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Weißt du was? Ich nehme mal wieder mein, äh... Impulsgewehr. Davon haben wir grad so viele. Zu viel Muni. Zu viel Muni. Ja, der stirbt doch eh. Mit dem mach ich mir keine Sorgen, der stirbt und so. Boah. 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 Impulsgewehr ist bei denen halt scheiße... Was? Impulsgewehr ist generell nicht so gut. Man hat aber viele Munitionen dafür. Man kriegt grad... Ey, ich krieg gerade so viele Klingen. Ich benutze ja die Säge weiterhin. Das wäre sonst echt dämlich, den nicht zu benutzen. Äh, warte mal, kann ich das hier schieben? Ja, ne? Was? Was? War das? Oh nein! Oh mein... Oh nein! Oh nein! Oh nein! ... ... ... Warte mal, klar, das ist lassen. Ach'! Werhst du denn wenn ich oder? Wow, wow. Wow, okay, 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 okay. Also, bei diesen fetten Viechern Stase benutzen. Okay, 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 okay. Okay, wir kriegen hier gut Blut wieder zurück. Energieknoten, das ist auch geil. Ja, ich guck mal kurz hier. Äh, ist hier so viel Blut in der Ecke? Okay. Ja, das war, äh, intens. Okay. So, hier möchte ich jetzt nicht gerne, nicht sterben. Warte mal, hier müssen Stase benutzen, oder? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss, oh mein Star lang? Äh, ich hab keine Stase mehr. Oh nö, oh nö. Oh nö, was? Mach ich dir jetzt. Okay. Okay. Ja, okay, das haben wir erledigt. Äh, ich hab das Gefühl, hier kommt es gleich wieder ganz dicke. Ach, hier war so eine Station. Okay. Okay, was haben wir hier? Der ist tot, ne? Oh. Oh. Okay. Oh. Wo? Oh. Oh, dass immer alles in Gewalt enden muss. Kann man denn nicht mal über alles reden? Oder so laut und so. Ah. Okay, wo sind wir jetzt? Hier durch. Da lang. Oh. Okay. Oh, das ist dieser lange Aufzug. Der dauert so lange. Wir haben echt viele Klingel. Dumm dumm. Dumm dumm. Dumm 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 dumm. Ein bisschen entspannt so, weißt du? Geräusche hier. Okay. Äh, leck mich ab. Was ist das? Guck dir lieber dich an. Ja. 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 Oh. Oh mein Gott. Nein. 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 Ey, komm komm. Nee. 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 Renn weg. Renn weg. Renn weg. Renn weg. Lauf. 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 Boah. Sind die Scheiße. Alter. Boah, sind die scheiße. Da bringt die Säge gar nichts. Boah, die Säge bringt überhaupt nichts bei denen. Boah. Nein, nein. Nicht schon wieder so ein Vieh. Nein. Boah, hier muss ich. Äh. Ich will nicht mehr. Ich will nicht. Da hoch, okay. Ja, hoch. Eben. Äh. Moment. Äh, warte mal gerade. Kann ich irgendwo sehen, wo ich hin muss. Hammond. Was habe ich gemacht? Energie zu... Äh. Auf der... Äh. Ja, ich weiß aber nicht, wo ich hin muss. Ebene 2. Ebene 1. Ebene 3. Ich gehe mal Ebene 3. Ich weiß doch gar nicht, auf welcher Ebene wir jetzt gerade sind. Und wir haben Ebene 2. Und Hammond ist Ebene 1. War der unter uns? Ich weiß nicht. Machen Sie uns wieder ganz. Ähm. Hier, Tempo. Die Brücke ist total hinüber. Keine Ahnung, was hier los war. Aber ich werde hier nicht rumstehen und warten, bis es zurückkommt. Ich gehe jetzt rüber zur Hydrostation und suche Elisabeth. Das ist so ungefähr voll schön. Sind wir hier richtig? Ne, sind wir nicht. Aber hier gibt es vielleicht trotzdem irgendwas cooles. Oder? Weil ich gehe nochmal... Ich gucke nochmal durch. Muss ich mir nur merken, ich bin jetzt Ebene 3, ne? Ja. 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 Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich will dann nur ein paar Sachen looten. Lass mich doch einfach mal ein paar Sachen looten. Ich glaube die beste Kanone ist immer noch die hier. Energiezufuhr. Ja, das müssen wir doch machen. Nebenaufgabe erfüllt. Okay, die primäre Astrogationsenergie wurde umgeleitet. Hören Sie, wir kennen uns nicht sehr gut, aber ich glaube, ich sehe Dinge in meinem Kopf. Hämmert es noch? Weiß auch nicht. Halten Sie die Augen offen, okay? Okay. Moment, das habe ich jetzt erledigt, ne? Ich habe jetzt zwei von drei, genau. Okay. Ich speichere nochmal kurz. So, Frage ist, wo gehen wir jetzt hin? Ebene zwei oder eins? Ich würde sagen, wir nehmen mal Ebene eins, oder? Wir nehmen mal Ebene eins. Weil ich glaube, Ebene zwei ist, äh, ist dieser Mitte Teil, wo wir schon waren. Ah, okay, also die wollen halt... Wie wir möglich, äh, Leute infizieren. Und halt dieses, äh, die Ishimura halt als, äh, deren Habitat quasi benutzen. Okay. Ergibt ja irgendwie Sinn. Ja, geh mal weg mit den, mit deinen Gillette-Klingen, ey. Gut, speichern mag ich jetzt mal nicht. Immer hier richtig. Okay, super. Hab ich ein Luftdinger? Oh, ich gebe hier rein. Werkbank machen wir jetzt gerade mal nicht. Hm, hier können wir mal kurz reingehen. Nicht genug. Äh, wir gehen hier mal durch jetzt. Zur Abbauverwaltung. Ah, hier ist fucking killin' me. Ja, die Wumme ist mega geil. Ah, so wenig Munition. Ich glaube, ich, äh, kaufe mir mal im Shop, ähm, ein bisschen mehr Munition von dem. Von dem Ding hier. Ja, okay. Okay, 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 okay. So. Oh, hier muss ich wieder aufpassen. Hier muss ich wieder aufpassen. Äh, ich gehe erstmal hier hin. Lagerraum. Lagerraume sind immer super. Sind immer super. Sind mein Freund. Da passiert mir auch nie was. Wie? Das war's schon? Wie billig ist der denn, äh? Okay. Wo geht's hier lang? Verschlossen. Haben wir einen Knoten? Jai. Okay, was ist das hier drin? Immer diese Gillette-Klingen. Ich weiß nicht, was sie, was sie damit wollen, so viel. Medipack groß. Oh. Glaube. Warte mal, ich, äh, wir haben, das benutze ich gerade mal. Was ist denn hier alles? Schema. Boah, ich habe schon wieder drei Schema da. Hm, ich nehme hier die, das mit. Medipack groß. Brauche ich nicht. Halblätter Gold. Boah, ich brauche mehr Inventory Space. Was ist das hier? Ich mache die Klingen raus. Hier Stück brauche ich eh nicht. Nehme mir den mit. I'm all about the money, bitches. Hm, ja. Was war das? Da lang? Ich gehe erstmal hier gucken. Da ist gar nichts. Da oben auch nicht. Boah, hier ist doch schon wieder jemand, oder? Oh mein Gott. Na ja, das hier ist der hier draufgegangen. Wahrscheinlich, ne? Boah, kann ich mit leben? Kann ich mit leben? Ähm. Energiezufuhr, ja. Asteroiden-Abwehrsystem ist online. Gut, genug Energie. Aber die Zielerfassung der A-Kanone ist offline. Liegt sich an einem Kabel. Bis ich das ersetzt habe, müssen Sie die Kanone bedienen und manuell zählen. Nehmen Sie den Aufzug nach oben und gehen Sie zum Kanonenschacht. Ja, dieses Vieh hat gerade zwei Dinger infiziert. Guck, 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 guck. Die sind schlau, oder? Die gehen hier nicht direkt durch. Ich wusste es. Weine, 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 weine. Ah, die sind auch schwer. Die sind auch ein bisschen schwer. Stase-Pack. Weißt du was, ich nehme mir hier und nehme mir das mit wieder. Nee, da nicht. Hier lang. Hat er nicht gerade welche infiziert oder so? Was für Geräusche? Hat er nicht den hier infiziert? Vielleicht war das etwas anderes. Okay, wir müssen... Da lang. Ähm, ja. 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 Ja.